Ich grüße euch meine Lieben. Habt ihr schöne Ostertage gehabt? Denn alljährlich wiederholen sich Hektik und Stress über die Osterfesttage. Dabei freut man sich allerorts zuvor auf erholsame, ruhige Tage. Auch in der letzten Woche war es wie immer. Ostern bedeutet für die meisten Menschen Hetze, Hektik und Stress. Und das bereits schon vor den Feiertagen. In einer Zeit, wo wir Ruhe und Besinnlichkeit suchen, eilen wir von Termin zu Termin oder laden Gäste zu uns ein. Nach dem Fest fragen wir uns, warum habe ich mir all den Stress erneut gemacht? Haben wir uns letztes Jahr nicht vorgenommen, diese Ostern ruhiger verbringen zu wollen? Doch leider bereiten die Menschen sich immer wieder den Stress vor den Feiertagen zu. Egal, um was für einen Feiertag es sich handelt. Warum gehen wir nicht einfach einmal raus in die Natur? Seien wir uns doch bewusst, dass uns die Erde und ihre Natur ein wundervolles Leben ermöglichen. Sie sind ein unfassbares Wunder. Betrachten wir doch dieses unfassbare Wunder mal mit offenen Augen und erkennen, was sie uns Schönes geben kann. Kehren wir um von Hektik und Stress, die uns treiben, nach draußen das Schöne der Natur nicht mehr sehen und erleben lassen. Es ist doch so einfach, rauszugehen in die Natur. Sie kann dich inspirieren und zu neuen Erkenntnissen führen. Tief in deinem Inneren. Gehe zum Beispiel in den späten Abendstunden spazieren. Schaue in den Sternenhimmel und betrachte die vielen Lichter der Sterne, während du über deine eigene Lebensaufgabe nachdenkst. Es wird dich überraschen, welche Erkenntnisse dich erreichen. Halte deine Erkenntnisse in Gedanken fest und lasse sie ineinander fließen. Es wird ein Ergebnis von Inspirationen sein, die dich in deine Mitte bringen. Du kannst das wiederholen, wann immer du das möchtest. Allein oder mit deinem Partner oder Freund. Die Natur ist so einzigartig, so schön. Ja, ein Wunder und dieses müssen wir nur wahrnehmen. Verinnerliche es in dir, in dir, sodass du die Ruhe und Kraft in dir aufnehmen kannst. Die Natur ist lebendig und wir sollten dieses Leben zu uns holen und es uns bewahren. Wenn du im Einklang mit der Natur bist, wirst du deine innere Ruhe und deinen inneren Frieden finden.